This is RTX Voice versus Rollercoaster! Jetzt habe ich mich da wieder eingeladen, nein, was ist er eigentlich? Weeeeeey! Und ich habe ihn so scheisse! Over 90 degrees! Und ist er nicht bequem da unten? I hate it! Der 8. ist die holle Schuheft! Flür deinen Flip Flop nicht, gell? It's raining! Ben! Hey, Roll weg! So, how's it going, guys? This is RTX Voice versus Rollercoaster! I want to help you! Hallo! Sie mussten aber nur reden, oder? Ja, ich kann das... Ich habe Hallo geschrien! Wirst du schauen, ob das RTX Hallo rausbringt? Was? Ob das RTX Hallo rausbringt! Ja, voll!